Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir haben beim letzten Mal Tully wieder zurückgeholt und deshalb möchte ich jetzt die DLCs machen. Hier habe ich zumindest zwei davon, von denen ich eigentlich dachte, dass ich zumindest... Na, bei dem zumindest bei... Mann, das kann ich jetzt nicht zu Ende führen, ohne zu spoilern. Zumindest das, was ich weiß. Kelly, gibt's irgendwas? Ich sah die Zahlen auf Horizon, Commander. Was du getan hast, war fantastisch. Der Report meinte, dass Kade Nelenko da war. Wie ging das denn? Es lief... Gut, gut, ich vermisse ihn. Es gibt nichts zu sagen. Das Vergangenheit ist das Vergangenheit. Ich verstehe. Insofern, wie kann ich dir helfen, Commander? Ist es irgendwas, was ich weiß? Du hast ungeschraubte Messungen in deinem privaten Terminal. Was anderes, Commander? Das wird alles. Ich bin hier, wenn du irgendwas brauchst. Was haben wir denn hier? So, und zwar... Erst einmal... Citadel. ... 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 hast du? KI-Hacken wird, glaube ich, am besten sein. Oh ja, Bereichs-KI-Hacken. Oh ja, bitte. Hast du für Waffen, Kinefax und Abyscurator? Alles klar. Kinefax und Abyscurator. Bitte sag mir deine Password, Commander Shepard. Die Heilung ist golden. Schön, dass du endlich mit dir, Commander Shepard. Kasumigoto. Ich bin ein Fan. Was ist mit der Password und der Sneak in Iran? Bist du in Probleme oder was? Ich bin der beste Thief in der Bühne, nicht der wichtigste. Ich muss meine Schritte anschauen, um das zu halten. Ich musste auch sicher sein, dass das alles logisch war. Und ich habe keine Gefühle. Du bist der echte Commander Shepard. Willst du kommen anbord? Schön, dass dich zusammenkommen, Kasumig. Bereitsst du zu gehen? Ich regehe. Ich habe bereits meine Dinge anbord deinem Schiff. Ich bin sehr glücklich, dass du mir mit dem Heist unterstützt. Ich kann nicht erwarten, wie du in Formalwaren sieht. Was? Ich habe eine Gefühl, dass du etwas kennst, das ich nicht. Sie haben dich nicht gesagt? Und sie nennen mich secretiv. Ich schaue für mein altes Partner. Ein Mann, Donovan Hawk, hat es. Und ich versuche es zurück. Ich glaube, ein Grey Box ist eine Art Schiff. Es ist ein Neural Implant. Illegal in den meisten Plätzen. Stores memories, thoughts, secret codes, illicit Informationen. Diesen in particular gehört zu meinem Partner, Keiji Okuda. Wir haben uns lange zusammen gearbeitet, bevor der Hawk ihn töten. Was wissen Sie über Donovan Hawk? Herr Hawk ist ein gut gespeichertes Geschäftsführer. Armstealer, Mörderer, generell nicht ein großartiger Mann. Seine Mansion ist bekannt, weil es schwer zu kratzen. Aber ich habe einen Weg in. Und ich denke, dass du es liebst. Wir kümmern uns drum. If that's what Cerberus promised you, we'll get it done. It'll be fun. And if we're lucky, you won't even have to draw your gun. We should probably wrap this up. You look pretty silly standing there talking to an advertisement. See you on the ship Shepard. Die Untertitel vergessen auch mal die Hälfte. So, mal gucken, wo ist Kasumi? Wo können wir mit ihr reden? Kasumi war, meine ich, auf der Seite. Ich habe das DLC selber noch nicht gespielt, aber... Leute sprechen da draußen. Und ich höre das alles. Die Red Rose. Das war mein Karten, als ich erst angefangen habe. In place of whatever I took, ich lefte eine Single Red Rose. Es war nicht, bis ich mit Keiji, dass ich herausgefunden habe, wie es ist. Er hat eine Art, zu machen, dich herauszufinden, wenn du einfach nur sentimental bist. Ich habe das, auf eine Dere, glaub ich es nicht. Es war ein großartiger Museum zu Ilium. Artifacts aus der Erde gehen auf Tour. Sehr hohe Sicherheit. K.G. Darf mich, das zu holen. Also, habe ich in, packte die Sicherheit, ein paar Garten zu schlafen, und verwendete das Stück mit einem wertvollen Duplikat. Sie wussten niemals die Unterschiede. Mein erstes Museum-Job. Keinhalb der letzte. Okay, das geht auch. War das alles? Nee, das hier gibt es noch. Das Bild hat ein spezielles Platz in meinem Herzen. Ein Kunstkollektor hat mich geholfen, um es zu holen. Als ich da kam, war das Bild weg. Auf der Weg raus, sah ich es, von einem anderen Tiefen auszuhalten. Ich schoss ihn runter, schoss ihn, und schoss ihn. Das ist so, K.G. und ich mit uns. Wir haben es niemals, um es zu machen, um es zu machen. Was ist das? Keinhalb, ich liebe diese Bücher. Romanzerien, Krimerien, die Klassiker. Es gibt etwas, über das Gefühl des Papiers, in deine Hand. Es ist ein lustig. Es ist relaxer. K.G. hat mich für mich auf dem Job. Einige davon sind mehr wertvoller als die Objekte, er hat sich zu holen. Was ist das? Irgendwie mit Kasumi und Said kann man nicht richtig reden. Na gut. Dann wollen wir mal ein Ding drehen. Was? Seit wann gibt's... Was? Es gibt ein anderes System hier? Ach, hier gibt's nichts, oder was? Ja doch, hier gibt's ein bisschen Iridium, das kann man ja mal mitnehmen. Probe weg! Probe weg! Probe weg! Probe away. Probe away. Probe launched. Probe. Probe. Okay, dann ist wohl nicht mehr viel da, wenn es schon auf niedrig gesprungen ist. Keine Sorge, ich scanne jetzt nicht die ganze Zeit, aber man kann ja mal ein bisschen was mitnehmen, wenn man schon mal die Gelegenheit hat. Wir werden uns noch so ein paar Upgrades uns holen. Probe away. 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 Schattenschlag. Ach, das ist... Ich kenne das aus Mass Effect 3 Multiplayer. Da ist das auch eine ziemlich coole Fähigkeit. Ja, das ist... Okay, was ist der Plan? Ich kenne das eine sehr gute Stattung von deinem Freund Saren. Rendered mit liebem Detail und mit unseren Weapons und Armour. Du kannst du dein Pistole, wenn es dein Sein ist. Sie werden nicht über ein Siderarm verletzen. Once inside, we'll make our way to Hawk's Vault Door, somewhere in the back of the ballroom. Then, we case the security and start peeling away the layers. The statue should be there, waiting for you to crack it open and arm up. Then we just waltz into the vault and take back KG's gray box. And I'll finally get a chance to say goodbye. This ought to be interesting. That's what I'm going for. This is our stop. After you, Mr. Gun. Just one moment, sir. There seems to be an issue with the statue. Is there a problem here? No, Mr. Hawk. Just doing a scan. I don't believe we've met Donovan Hawk. Solomon Gunn. A pleasure. Sir, the scanners aren't picking anything up. Hmm. I don't think our guests would come all the way here from Elium, just to cause trouble. Do you? You may pass through, Mr. Gunn, with my apologies. But I will ask your companion to remain outside. You understand the hope. We have also a problem. Care to explain why my friend has to stand outside? But don't like the look of your friend so she stays outside. Simple as that. No problem. You're the host. Enjoy the party. Well, that didn't go as I expected. Any idea why he'd send you away? No. We've never seen each other in person. And no one knows what I look like. Just watching his ass, I'm sure. I can't blame him. What do we do now? We go on with the plan. You'll just have to do all the talking. I'll stay out of sight and stick with you the best I can. We'll keep radio contact, in case something goes wrong. We need to find the door, in case the security. We'll figure out the next step then. How did you ever contain that situation? Well, that's it. Well, that's it. I've got a little pressure on the force, and bam, done. Thank you, I thought those rabble would dog you for years. That goes to a security room. We'll probably have to get in there at some point. Let's case the vault and figure out what we have to do. Hmm, we'll see a little bit of it. What's your read on that archangel guy? I hear he's dead. Or gone, or something. Good riddance, I say. Chief Roe, huh? She sounds like a hardass. I hear Mr. Hawks vault is excuse... Say, what's that over there? Hawks bedroom, I believe. Wow, who's his architect? This is a very impressive place. Or a very large one, at least. Yeah, it's really nice. But, for example, I knew that it's a different system here in the near of the city there. Also, there can't be a game of this DLC here. Na gut, wo ist der Tresorraum? He's the gun. We need to case the vault gun. You can chat with Hulk later. Okay. Ach, hier geht's an Treppe runter. Merkt hoffentlich keiner, wenn ich einfach da lang gehe. Das ist ein, wenn ich nicht. Sehr gut. Da gibt es mehr hier, als ich erwarte. Passwort-protekted voice lock. Kinetic barrier. DNA-scanner. Looks like an EX-700 series Everything a Vault needs to be impenetrable This gonna be a problem? Please, remember who you're talking to We'll need to get a voice sample for the voice lock You'll have to go chat up Hawk for that We'll have to find a password too DNA, Child's Play We should find plenty of DNA samples in Hawk's private quarters And the barrier? Cut the power, never fails If we can find it Keiji could get through a system like this in his sleep And I'm better Let's get to it Na gut Da ist das Stromkabel Aha Hä? Da Muss er sich für sowas wirklich enttarnen? There he is All you need to do is keep him talking long enough for me to get a voice print Pull out the charm on this one, Shep Whenever you're ready After you Mr. Gunn, I hope you're having a good time That scene at the door hasn't soured your evening I hope There's always someone gunning for people like you and me Yes, that's true I'm glad you understand Frankly, I'm surprised your security isn't tighter It's a ballsy move opening your front door like this Yes, I suppose it is Hopefully it sends the message that I don't fear anyone stupid enough to step up to me People these days want comfort, entertainment, love They don't see that the galaxy is fragile They only have to worry about simple luxuries Why? Because people like me and you are doing the terrible things that keep the galaxy spinning This party is for us The cleaners The support structure for the galaxy's gleeful delusions of peace May there always be a market for the things we do I said get him talking and you got him talking We've got enough of a voice sample Let him go Enjoy the party, Mr. Gunn Once we find the password, we can get past the voice scatter Okay, aber lassen Sie ihn gehen Das klingt für mich eher so Ja gut, dann darf ich lieber nicht da So als hätte ich ihn gefangen genommen Das hört niemandem auf Ach, das muss ich jetzt machen, oder wie? Ja, und am besten bevor sie den Alarm auslösen Perugia, okay Perugia, okay Ist die Ist die Mona Lisa mal gestohlen worden? Ich meine bestimmt, ne, aber Aber es haben bestimmt Leute versucht Okay, das Ding, stimmt das Die sind ja auch ausgeschaltet, ne? Das heißt, es gibt keine Nachrichten mehr Wenn ich was aufsammle So, es fehlt nur noch Irgendwas fehlte noch Eine DNA-Probe Dazu müsste man in sein Schlafzimmer Ach, das ist die ich dachte jetzt schon das geht